Und jetzt vor kurzem hatte ich wieder so eine Phase, wo ich wieder aus dem Nichts, keine Ahnung, 10 Kilo oder so abgenommen hatte. Und diesmal hatte ich, ich hatte schon Angst, das nach außen zu kommunizieren, mein ganzes Umfeld, die habe ich natürlich alle vollgeheult. Aber ich hatte so Angst, das öffentlich auszutragen, weil ich mir dachte, jetzt kommen dann wieder Menschen und machen mich dafür fertig und mischen sich dann wieder da rein und sagen, dass meine Probleme aber eigentlich keine Darwerksberechtigung haben. Und ich habe erst angefangen, das zu kommunizieren, als ich Erfolge beim Zunehmen gesehen habe, weil ich mir dann dachte, ich weiß jetzt schon, wie ich zunehme, egal was ihr sagt, ich werde den Leuten da draußen helfen, weil es haben so viele Leute gedankt, danke, dass du uns so diese Sichtbarkeit gibst, dass unser Problem auch ein Problem ist.